Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde hier gerade am Flughafen Frankfurt. Ich bin jetzt gerade angekommen mit der Lufthansa in der Airbus A321 Business Class von München nach Frankfurt. Und jetzt fliege ich zuletzt mit der Lufthansa in der CRJ 900 in der Business Class von Frankfurt nach Hannover. Viel Spaß, gleich nach dem Intro. Gut, ich gehe noch kurz in die Lufthansa Business Class Lounge. So, sehr gemütlich war es heute in der Lufthansa Business Class Lounge. Es war wenig los, überraschend. Aber es ist immer Samstag so, so Nachmittag für mich. Wenn ich immer am Sonntag abfliege, da ist immer die Hülle los. Aber es war sehr angenehm heute und mit dem gemütlichen Lounge gehe ich jetzt direkt zu den B-Gates. Boah, die fangen schon an. Säder kann euch ausmachen, gibt es eine Hülle die Ma New für googleạ impliedstwaren der Verkaufnahmen. Wie habschen uns auf Hülle umge ich an. So, ich bin jetzt an Bord in der Lufthansa, der CRJ 900 in der Business Class in der 1-1-Kooperation. Der Flug ist gut ausgebucht, aber für mich als Business Class Plaschir fühle ich mich sehr bequem hier als vergleichende Economy Class und wird auf jeden Fall ein möglicher Flug werden. Und als Begrüßung habe ich auch für eine nette Lufthansa Flightpursler eine Flasche Wasser bekommen als Begrüßung und freue mich auch schon auf den Start, wie es wird. Begrüßung hier an Bord, due to time and safety reasons. Eurel So, der Service war super gegangen. Ich habe so vom Test in Heimat sogar eine Gleichkeit bekommen, Schinkerolle mit Brotaufstrich, Artischocken und ein bisschen Gemüse, die war sehr gut. Zu Dessert waren so Topfen mit kleinen Früchten und Gelee, die war auch sehr gut. Zu Trinken habe ich eine Flasche Bier genommen. So, vor der Landung habe ich noch eine Schmolade von der Netta Luft an der Breitbörse bekommen und wir sind auch so ein Schmolade angekommen. Bis zum nächsten Mal! Musik 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 9,000 We hope you had a relaxing state and wish you a blessed remaining Saturday evening in the surrounding and a safe and comfortable onward journey So we kindly ask for a little more patience until your hand luggage which you dropped off in Frankfurt will be offloaded again to deliver it outside the aircraft to pick it up Thank you so far, take care and goodbye So and welcome to Hannover Lufthansa In the CRJ 900 Business Class from Frankfurt to Hannover It was really fantastic The crew was really very freien- and tips-bereit As always I enjoyed all three flights all the time And after the flight I went to the S-Bahn to the hotel And now I want to thank you for the Showshop My friends, I hope you liked this video very well Give me a thumbs up And don't forget to subscribe to my channel TravelWithBernaTV The link in the description is my Instagram link I thank you for the Showshop See you next time Make it very общ Thank you,家 Make it all the time See you next weekend Bye guys Untertitelung des ZDF, 2020